Hier gehe ich mal a cappella, allerdings auch nur weil ich sonst ein Storyteller wäre oder doch nur jemand, der die Propeller der gesamten Sphäre schon wieder auf die Erde niederbrechen würde, wäre da nicht so schlecht schon die Hürde, mit der ich abstürze, wahrnehme, während ich kürze und zwar die gesamte Hürde, mit der ich jetzt schon wieder lähme und zwar die Extreme, während ich überlege, worum es gehen mag in diesen ganzen Phasen des Wahnsinns, mit denen ich jeden Tag eben darlegen darf, warum es mir nun mal gehen mag in diesem Kram eben. Ich meine zum Beispiel auch YouTube, worum es zu True natürlich auch schon wieder geht, ist die Realität des Videos, ziemlich düster geraten, allerdings auch nur weil ich hier gerade am Start bin und das Früh am Morgen könnt ihr ja schon wieder so sortieren, wie ihr es wollt und deshalb bin und bleibe ich ja nicht hier Gold, sondern einfach bloß das Klagelicht, das da schon wieder rollt, revoltiert, natürlich auch schon wieder voll viel, allerdings ist das hier Freestyle und nichts anderes, a cappella nun mal und deshalb bin und bleibe ich ja hier True da, natürlich auch nur klar, weil mein Fuhrpark nicht einmal da ist, sondern einfach nur draußen zu hören ist, was ich sonst ganz gestört gern mitfahren würde, allerdings habe ich diese Hürde des Führerscheins noch nie genommen und dachte mir, ich würde irgendwie nie kommen und zwar im Leben an und deshalb habe ich hier jetzt in meinem Leben Fun gehabt schon und deshalb habe ich ja auch meistens die Achtung davor, was andere so machen oder etwa doch nicht? Hm, mal überlegen, worüber die Droppflicht mich noch kickt, während ich schon wieder so stofflich am Start bin, dass ich hier schon wieder mich materiell im Wahnsinn hingegeben habe eben oder doch nur schon wieder dem Kram ihm, der in unserem Leben zählt? Ach von wegen, ist es nicht doch eher das Geld, was uns quellt und letzten Endes nicht stellt, sondern entstellt und während ich das hier so erzählt habe, ist es einfach nur mal wieder Zahltag? Ach, wahrscheinlich komme ich da klar und zwar wie Genius Hardcore, gar nicht mehr klar mal wieder, denn ich bin hier ja nur im Freestyle aktiv halt, ihr hingegen macht mich depressiv bald, wenn es mit den Wahlen so weitergeht. Verdammte Scheiße, stets geht es um die Realität und die Realität ist nun einmal nichts anderes, als wie, dass es skandalös ist, was die AfD erreicht hat. Verdammte Scheiße, man, Nazis im Bundestag oder was, denke ich schon und verständlich, so ein Kram auch zu spitten und auch zu droppen über diverse Netzwerke schon nehmen und natürlich wird das hier so gehen, denn ich bin ja hier nicht zugegen, um einfach nur irgendwelche Worte hier zu geben. Nein, doch, eigentlich schon, allerdings stopp. Ja, ich reiße Witze und das viele, allerdings sind das nicht unbedingt meine Ziele, sondern die, mit denen ich bald spiele. Und das war's dann auch mal wieder hier, ne? Ciao, Genius Hardcore.